Das ist eher der Film mit der Wahrungsschicht. Ein Portal, das jeder kennt, ist der Anfang, wie man sich's ersehnt. Sind uns fremd, lassen wir nie gucken, wir sind eine Stunde am Stück. Geschenkenzeit macht einem wasch verrückt. Es ist schön, dass man dürfen nicht, eine Sympathie und Art kann geben. Aussergewöhnlich, spontan, bescheiden statt wann, auch wenn man dich als VIP zuordnen kann. Wir schliessen die Augen, können uns nachher wissen, beide ist eine Warnungsschicht, die wir treffen. Der Moment ist Chaos im Nirgendwo, wie es auch nur ein Mal wundern soll. Wir merken, wie wir uns gut verstehen, schon fast blind miteinander umgehen. Nach so kurzen Zeiten, was es bildet so weit, Vertrauen schafft, wie es noch selten gibt. Ich kann vergleichen, das schöne Gefühl, als erste Jahre in den Laufwissziel. Ein Gewinner, du und uns, mit allen Teilen, das Preisportal, als Sieger verlassen statt meins. Wir schliessen die Augen, können uns nachher wissen, beide ist eine Warnungsschicht, die wir treffen. Der Moment ist Chaos im Nirgendwo, wie es auch nur ein Mal funkt es an. Es gibt kein Zufall, wenn ich treibe, grüße ich gegenseitig, taue ich, ohne sich zu verstehen. Der Osprung kommt zwar spart, die Kraft, wo ich lebe, kann ich nur wieder gehen. Der Osprung kommt zwar spart, die Kraft, wo ich lebe, kann ich nur wieder gehen. Der Osprung kommt zwar spart, die Kraft, wo ich lebe, kann ich nur wieder gehen. Wir schliessen die Augen, können uns nachher wissen, beide ist eine Warnungsschicht, die wir treffen. Der Moment ist Chaos im Nirgendwo, wie es auch nur ein Mal funkt es an. Der Osprung kommt zwar spart, die Kraft, wo ich lebe, kann ich nur wieder gehen. Ein Portal, wo jeder kennt, ist der Anfang, wie wir sicher sind. Sind uns fremd, lassen wir nicht schauen, wir eine Stunde am Stück, hört nicht auf, danke dir dafür. Das ist Ender Film mit der wahre Geschichte.